Hallo, hallo, hallöchen, meine Lieben. Letzte Woche habe ich ja geschwächelt. Ich habe mich nicht geschafft, aufzuraffen, irgendwas zu tun. Außerdem lief gefühlt den halben Tag Harry Potter, was die Sache nicht besser gemacht hat. Ja, ich saß den ganzen Tag vorm Fernseher und habe mir Harry Potter reingezogen, letztes Wochenende. Und ja, heute dachte ich mir, kommen wir mal zu einer kleinen, feinen Review. Ich bin der Meinung, zwei, drei Leute hatten sich die gewünscht. Und zwar zu Björk Trinity, die neue Reihe von Oh Great. Es sind bislang ja leider nur zwei Bände draußen. Aber ich werde das, was ich weiß, einfach mal in eine kurze, knackige Review schmeißen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Björk Trinity ist im Verlag Panini Manga erschienen und ein Band kostet leider Gottes Namen 7,99 Euro. Aber wie ihr ja alle wisst, Panini ist ja generell etwas teurer. Ich muss sagen, die Bände sind auch relativ dick. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch Story-Technisch. Genre-mäßig ist das Ganze Action, Science-Fiction. Es hat einen gewissen Romance-Anteil und wird auch hier und da von etwas Humor begleitet. Also meiner Meinung nach eine Reihe, wovon jedem etwas vorhanden ist. Und mir persönlich gefällt sie wahnsinnig gut. Ich freue mich mega auf Band 3. Obwohl ich sagen muss, als ich das erste Mal hinten den Klappentext durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, was zur Hölle. Aber ich wurde positiv überrascht. Besonders der zweite Band hat bei mir mega gepunktet. Und ja, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Story-Technischen. Otaro, Mayo und O-Great schmeißen uns in eine Welt, wo eine Krankheit die Menschheit befällt. Und diese nennt sich Björk Bug. Die ersten Symptome dieser Krankheit sind herzförmige Löcher in den Handflächen. Ich muss euch sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein Scheiß. Also ganz ernsthaft. Ich habe nicht wirklich viel erwartet. Und sobald diese da sind, kann man sich mit allem Erdenklichen verschmelzen. Das ist sowas von krank. Und in dieser verrückten Welt lebt der junge Fuji, der gerade seine erste Liebe auslebt, mehr oder weniger. Also sie sind nicht zusammen, aber er ist mega verliebt, schon fast verfallen in diese Frau, in ein junges Mädchen namens Fumio. Und seine beste Freundin Kivako, die macht sich so ein bisschen über ihn lustig. Und Kivako hat bereits diese Krankheit befallen, kann ich das so sagen. Und zwar ist sie mit ihrem Motorrad verschmolzen. Das sehen wir hier auf Cover 2 übrigens. Das ist Kivako. Das hätte ich auch mal erwähnen können nebenbei. Und ja, sie macht sich über Fuji gerne mal lustig, weil seine Verliebtheit doch sehr krass ist. Und ja, eines Tages ändert sich das dann alles, weil Fuji auf seinen Handflächen ebenfalls diese Löcher aufweist. Und ja, ebenfalls befallen ist vom Björk-Bug. Ja, mit was Fuji verschmilzt, das müsst ihr selber herausfinden. Ich meine, er ist ja gerade verliebt. Wer weiß, was das so auf sich bringt. Und ja, ich kann euch ja mal ein bisschen vom Artwork noch zeigen, aber ich gehe mal davon aus, dass das viele kennen werden. Ich zeige einfach mal die ersten Seiten aus dem ersten Band. Ja. Das war's dazu. Nächste Woche besuche ich meine Schwester in Berlin. Und wenn ich schon mal in Berlin bin, werde ich wohl auch beim G-Store vorbeigucken. Meine Schwester hat schon gesagt, sie weiß, wo der ist. Und da werden wir wohl hingehen. Ob dazu ein Video kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich werde meine Kamera auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wir sehen, hören uns dann nächste Woche. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020